Der Tierpark Weyer-Matterlitz-Liestel ist gerettet. Noch vor einem Monat hat dem Park das nötige Geld gefehlt, dass der Betrieb wenigstens bis Ende Jahr weitergeht. Jetzt hat die Stiftung, die die Anlage betreibt, doch noch den nötigen Betrag aufgetrieben. Die Geldsuche geht aber weiter. Die Ponys können sich freuen. Auch in Zukunft können sie das grünen Gras vom Niestelmoor Tierpark Weyer-Matterlitz fressen. Die Stiftung, die den Park betreibt, hat nämlich in den letzten vier Wochen die fehlenden 180'000 Fr. doch noch zusammen bekommen. Wir haben auf der einen Seite die Standortgemeinde Liestel und die Bürgergemeinde Liestel, auch gewisse Beiträge von umliegenden Gemeinden. Wir haben ein Patenschaftskonzept mit Gold-, Silber- und Bronzenpatenschaften. Da haben wir etwa 300 Leute, die das schon gezeichnet haben, die uns insgesamt etwa 40'000 Fr. bringen. Heute am Morgen am Gönnerapéro hat durch Jean-Luc Nordmann verkündet, dass der Park gerettet ist. Das aber nicht definitiv, sondern nur bis Ende 2013. Von den jährlichen 420'000 Fr. fehlen für die nächsten beiden Jahre jeweils noch 50'000 Fr. Der Kampf ums Geld geht also weiter. Trotzdem zeigt sich der Präsident zuversichtlich. Hier haben wir sehr erfolgversprechende Gespräche und ich darf davon ausgehen, dass wir das schaffen mit dem Engagement der Stiftungsräte, mit dem Engagement aber auch von Ihnen allen, die das weitertragen und wir spüren, dass es eine emotionale Bindung gibt. Und diese emotionale Bindung überträgt sich letztlich auch auf den Sponsor. Emotional ist die Bindung auch mit den Besuchern. Die sind froh, dass der Park mindestens bis Ende Jahr nicht zumachen muss. Ich bin sehr glücklich, weil ich mit meinem Kind weiterhin Tiere anschauen und füttern und ihm das, was ich als Kind gemacht habe, auch weitergeben kann. Ich hoffe, dass es auch weiter besteht. Mein Sohn geht viel hier mit den Kinderkippen. Ich arbeite auch in der Nähe. Von dem her ist es für mich auch so. Mittagspause und so toll. Unbedingt auch weiter. Hast du es einfach nicht so toll gefunden, wenn jetzt der Tierpark die Misse zu machen? Nein. Was hattest du denn vermisst? Tiere. Und das ganze Gehirn und alles. Die Stiftung hat der Tierpark im August 2012 von der Psychiatrie Basel-Land übernommen. Die hat im Rahmen der Spitalfinanzierung der Tierpark ausgelagert. Mit 170'000 Franken pro Jahr ist sie aber immer noch der grösste Geldgeber. Das will der Park für die Patienten sehr wichtig sein. Sie können nicht einfach innerhalb der Klinik sein, quasi in den Mauern der Klinik, sondern sie müssen rausgehen können. Und hier sind sie in der Natur. Sie sind aber zugleich auch ein Stück weit in einem geschützten Rahmen. Und diese Kombination ist ganz wichtig. Hans-Peter Ulmann hat angetönt, dass die Psychiatrie Basel-Land den Beitrag erhöhen können. So könnte die langfristige Rettung vom Tierpark nochmals ein Stück näher rücken. Tierisch ist es heute auch auf dem Basler Klarenplatz zugegangen. Es war die Muni-Taufi für einen baselstädtischen Schwinger-Tag, der an der Ufer am nächsten Donnerstag stattfindet. Muni wurde heute Nachmittag auf den Namen Murat getauft. Der Segen des Schwinger-Tags bekommt Muni traditionsgemäss. Rund um diese Taufi gab es auch ein passendes Rahmenprogramm mit Trachtegruppen und Jodel-Körling.